Horoskop für den 15. August 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für wieder. Es gibt einen Anstieg der Stärke, heute wieder sind aktiv und zielgerichtet. Neue helle neue Bekanntschaften mit sehr einflussreichen Menschen sind wahrscheinlich. Wenn sie alle ihre besten Eigenschaften zeigen, verpassen sie nicht diese Leute. Heute ist es notwendig, sich zurückhaltend und diszipliniert zu verhalten, nüchtern zu sein und einen kühlen Kopf zu bewahren. Versuchen sie, ungeplante Ausgaben zu vermeiden und begehen sie keine spontanen Handlungen. Horoskop wieder männlich. Heute sind wieder der Fantasie ausgeliefert. Machen sie sich auf einen Gedankenflug gefasst. Es wird eine Menge davon geben, also versuchen sie, sie in einem Notizbuch aufzuschreiben. Ein guter Tag, um ihn bei der Arbeit zu verbringen. Sie werden heute effizienter sein als je zuvor. Viele Aufgaben auf einmal erfüllen, die schwierigsten übernehmen sowie Geschäftsverbindungen knüpfen und Beziehungen zu alten Partnern erneuern. Wieder Horoskop für die Frau. Wieder gliedern sie ihren Tag in zwei Teile. Die erste Tageshälfte ist ideal für romantische Beziehungen, neue Treffen und geselliges Beisammensein mit Freunden. Versuchen sie nicht, besser auszusehen, als sie sind. Verbringen sie die zweite Tageshälfte allein mit sich selbst, entspannen sie sich, machen sie Yoga, Stretching, Sport. Bringen sie ihre Gedanken in Ordnung, sie brauchen das jetzt mehr denn je. Wieder liebes Horoskop. Sie sind in sich selbst völlig verwirrt, schwanken zwischen zwei Feuern, können sich nicht entscheiden. Zwischen Arbeit und Privatleben sollten sie sich nicht auf eine Sache festlegen. Widmen sie den Tag heute ihren Beziehungen. Für alleinstehende Widder gibt es eine große Chance für Verabredungen. Alle heutigen Begegnungen werden sich als schicksalhaft erweisen. Horoskop für heute für Stier. Stier, nicht in Eile sein. Es ist Zeit, über sich selbst und ihre Werte nachzudenken. Sie müssen vielleicht alles überdenken, sammeln sie ihre Gedanken, denken sie an die Zukunft. Es ist ein guter Tag, um einen Tempel zu besuchen, alleine spazieren zu gehen. Treiben sie Sport und arbeiten sie kreativ. Das wird heute Erfolg bringen. Stier-Horoskop für Männer Stier-Männer sind zu unhöflich zu ihrer Umgebung. Denken sie daran, dass ihr Verhalten niemanden anzieht. Stoßen sie die Menschen, die sie heute treffen können, nicht weg. Sie sind diejenigen, die etwas Neues und Interessantes in ihr Leben bringen werden. Vielleicht können sie einige Probleme lösen. Stier-Horoskop für die Frau Stier-Frauen sind heute reizbarer als je zuvor. Versuchen sie, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten, sonst könnte das unvorhersehbare Folgen haben. Halten sie ihre Zunge hinter ihren Zähnen. Sagen sie keine unnötigen Dinge. Besonders bei neuen Bekanntschaften müssen sie vorsichtig sein. Stier-Liebes-Horoskop Im Familienleben im Stier wüten Skandale, retten sie ihre andere Hälfte. Alle gesagt negativen Worte werden von ihrem Partner für eine lange Zeit in Erinnerung bleiben. Denken sie daran, dass jeder winzige Ausbruch von Aggression sie teuer zu stehen kommen kann. Horoskop für heute für Zwillinge Der Tag prophezeit Zwillingen eine Menge Enttäuschungen. Versuchen sie, ruhig und nüchtern beziehen sich auf Situationen, die sie verärgern wird. Alle heutigen Streitereien können ihre Gesundheit beeinträchtigen. Seien sie auch vorsichtig mit unbedachten Worten. Zwillinge-Horoskop für Männer Der Tag der Zwillinge ist ideal für Arbeit und Studium. Sie sind sehr produktiv und verantwortungsbewusst. Teilen sie ihre Energie und Freude mit den Menschen um sie herum. Jemand, der ihnen nahe steht, braucht ihre Hilfe. Diese Person wird sich heute an sie wenden. Sie werden in der Lage sein zu helfen. Zwillinge-Horoskop für die Frau Zwillinge-Frauen haben einen großartigen Tag, um in Form zu kommen. Machen sie eine Pause von der Arbeit. Gehen sie zum Fitness, zur Körperpflege, lesen sie ein Buch. Vergessen sie die Arbeit für eine Weile. Kümmern sie sich um ihre Familie. Der heutige Tag wird ihnen maximale Freude bereiten. Zwillinge-Liebes-Horoskop In ihrer angespannten Beziehung herrscht für eine kurze Zeit Waffenstillstand. Mit einem ungelösten Problem wird der Herr des Streits jedoch nach einer Weile mit dreifacher Kraft ausbrechen. Zwillinge, schließen sie sich mit ihrem Partner zusammen, um Missverständnisse auf die angenehmste Weise zu lösen. Horoskop für heute für Krebs Den ganzen Tag über sind die Begleiter des Krebses Depression und Negativität. Heute werden sie sich selbst schlecht fühlen. Die Menschen um sie herum werden ihnen auf die Nerven gehen und ihre Stärke testen. Versuchen sie, diesen Tag ohne Streit zu überstehen. Krebshoroskop für Männer Krebse haben die Familie völlig vergessen. Machen sie eine Pause von der Arbeit und bereiten sie sich auf eine romantische Beziehung vor. Ihr Seelenverwandter wird von einem von ihnen zubereiteten Abendessen angenehm überrascht sein. Es ist empfehlenswert, Zeit mit den Kindern zu verbringen, mit ihnen zu spielen, Hausaufgaben zu machen, zu reden. Das ist jetzt sowohl für sie als auch für sie notwendig. Horoskop für Krebsfrauen Ein unangenehmer Tag für den Krebs. Es wird erwartet, dass sie auf Schritt und Tritt auf Schwierigkeiten stoßen. Versuchen sie, diesen Tag ohne Enttäuschung und Frustration zu überstehen. Denken sie daran, dass die Probleme nur vorübergehend sind und nicht um die Ecke des weißen Streifens des Lebens. Krebsliebeshoroskop Der Krebs hat heute so viel Glück wie nie zuvor. Singles werden sicher auf ein schicksalhaftes Treffen warten. Wenn sie das Haus nicht verlassen wollen, melden sie sich bei einer Partnerbörse an. In familiären Beziehungen läuft alles glatt, ohne Skandale und Intrigen. Horoskop für heute für den Löwen Der heutige Tag bringt Veränderungen, die das Leben für Löwen schwierig machen. Die zweite Hälfte des Tages wird eine Gelegenheit, diese Situation zu korrigieren geben. Seien sie aufmerksam auf die kleinen Dinge, es ist in ihnen liegt die Lösung für ihr Problem. Horoskop Löwe männlich Sie sind heute stärker als je zuvor und werden mit einer Herausforderung fertig, die ihnen in der ersten Hälfte des Tages widerfährt. In der zweiten Hälfte haben die Löwen die Chance, sich zu verletzen. Verzichten sie auf verletzungsanfällige Aktivitäten und Sportspiele. Löwehoroskop für die Frau Löwen, seien sie heute am weiblichsten und sinnlichsten. Das ist ihre Stärke. Am Nachmittag sollten sie den Ratschlag beherzigen, je ruhiger sie gehen, desto weiter kommen sie. Eile in allen Angelegenheiten wird zu nichts Gutem führen. Je mehr sie sich vornehmen, desto größer ist der Misserfolg, der sie erwartet. Liebes Horoskop Löwe Heute haben Löwen einen sehr günstigen Tag für einen Spaziergang in Parks, an Uferpromenaden, Besuche in Cafés, Restaurants und Fitnessstudios. Dort können sich Singles kennenlernen und Paare können sich noch näher kommen. Jungfrau Horoskop für heute Es ist ein schöner Tag für alle Jungfrau Männer. Heute werden sie Seelenfrieden, psychologisches Gleichgewicht und freundliche Stimmung haben. Alles, was du heute unternimmst, wird dir zweifellos gelingen. Jungfrau Horoskop für Männer Alle Vertreter kreativer Berufe werden heute ihre maximalen Fähigkeiten zeigen. Es ist erstaunlich, wie leicht ihnen alles Vorgestellte gelingt. Viele Menschen werden von den Talenten der Jungfrau Männer überrascht sein, werden sie bewundern und sogar imitieren. Jungfrau Horoskop für Jungfrau Frauen Eine ihnen sehr nahestehende Person will ihren Zustand erschüttern und ihnen schaden. Jungfrau Frauen Verbringen sie den heutigen Tag in Ruhe und Stille. Wenn möglich, verbringen sie etwas Zeit allein. Sie werden sehen, bringen sie sich in Ordnung und alles wird sich fügen. Jungfrau Liebeshoroskop Es scheint, dass sich jemand in sie verliebt hat und dieser jemand ist ihr alter Bekannter. Schauen sie sich um und sie werden diese Person sicherlich bemerken. Es ist mit ihm die Beziehung mit Jungfrau kann in eine glückliche langfristige Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau wachsen. Horoskop für heute für Waage Der Tag prophezeit eine Menge Aufruhr, aus dem sie sicher herauskommen werden. Allerdings wird sich die Waage heute sehr anstrengen müssen. Sie werden von negativen Menschen umgeben sein, aber nachdem sie diese Negativität überbunden haben, werden sie geistiges Gleichgewicht und inneren Frieden fühlen. Horoskop Waage männlich Sie reiten heute auf einem Pferd, denn sie sind selbstbewusst und männlicher als je zuvor. Nutzen sie diese Kraftweise. Wenn sie schon lange von einer Gehaltserhöhung, einem Treffen mit einer Frau, wichtigen Anschaffungen und Anschaffungen geträumt haben, machen sie weiter. Der heutige Tag wird der Waage definitiv helfen, alle Höhen zu erreichen. Waage Horoskop für die Frau Versuchen sie, diesen Tag im Sinne ihrer Familie und ihrer Lieben zu verbringen. Es gibt eine Gelegenheit, ihr ältestes Problem zu lösen, ihre Familie wird ihnen dabei helfen, hören sie zu, beobachten sie. Den ganzen Tag wird die Waage von Zeichen heimgesucht, folgen sie ihnen, sie werden sie zu weiteren Handlungen anleiten. Waage Liebeshoroskop Waage In den Beziehungen zum anderen Geschlecht sollten sie vorsichtig sein, denn heute besteht die große Möglichkeit, dass es zu unangenehmen Zerwürfnissen kommt, aus denen es sehr schwierig sein wird, wieder herauszukommen. Seien sie taktvoll, höflich, denken sie darüber nach, wie sie sich gegenüber ihrem Partner verhalten. Horoskop für heute für Skorpion Stimmen sie sich auf die positive Welle und das positive Denken ein, denn heute wird es den Skorpionen gut gehen. Die zweite Hälfte des Tages verbringen sie allein, denken sie über ihre Lebensziele nach und setzen sie Prioritäten. Verzichten sie heute auf fettes Fleischessen und trinken sie keinen Alkohol. Horoskop für Skorpionmann Erwarten sie keine Wunder, ihr Erfolg hängt nur von ihren Bemühungen und ihrer Motivation ab, nicht von äußeren Faktoren. Wenn sie nichts tun, werden sie nicht in der Lage sein, ihre Träume zu verwirklichen. Skorpione Fangen sie an, zumindest kleine Schritte in Richtung ihres Ziels zu machen und stellen sie sicher, dass alles, was sie geplant haben, auch realistisch zu erfüllen ist. Horoskop für Skorpionfrauen Es gibt Menschen in ihrer Nähe, neben denen sie energetisch ausgelaugt sind, also versuchen sie herauszufinden, wer das ist. Heute werden sie diesen Prozess besonders stark spüren, aber es besteht die Möglichkeit, einen Energiewampir zu identifizieren und den Kontakt mit ihm zu begrenzen. Trotzdem erwarten Skorpione sehr angenehme Bekanntschaften mit sehr interessanten Menschen. Skorpion Horoskop für heute für Schütze Ein wunderbarer Tag für Schützen, voller Energie und neuer Entdeckungen. Holen sie sich ein Notizbuch und schreiben sie darin alle ihre heutigen Gedanken auf, in der Zukunft werden sie ihnen helfen, einige Schwierigkeiten in Bezug auf ihr persönliches Leben und ihre finanzielle Situation zu lösen. Ein guter Tag, um kreative Motive zu verwirklichen. Schütze-Horoskop für Männer Schütze, seien sie heute hartnäckig, denn der Tag wird ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden. Sie werden zwischen zwei Feuern balancieren, es ist notwendig, die richtige Wahl zu treffen, die ihnen in Geist und Stimmung nahe steht. Vielleicht werden sie heute die Kommunikation mit einer ihnen sehr nahe stehenden Person beenden. Versuchen sie, starken Alkohol und Lebensmittel tierischen Ursprungs zu vermeiden, die Möglichkeit einer Vergiftung ist nicht ausgeschlossen. Horoskop für Schützefrau Heute hängt alles von ihrem inneren Gefühl ab. Wenn sie offen für die Welt sind, wird sie sie anlächeln und mit neuen Farben spielen, aber wenn sie verschlossen und zurückgezogen sind, erwarten sie keinen guten Tag. Den Schützen wird geraten, in gehobener Stimmung zu sein, nach positiven Momenten zu suchen und das Leben zu genießen. Die Menschen um sie herum werden ihren Charme, ihre Anmut und ihr Charisma spüren. Schütze-Liebes-Horoskop Eine großartige Zeit, um neue Bekanntschaften zu machen. Es wird empfohlen, spazieren zu gehen, in eine Bar, ein Restaurant oder ein Fitnessstudio zu gehen. Dort werden sie sicher eine sehr interessante Person treffen, die etwas Gutes und Positives in ihr Leben bringen wird. Bei den Schützen sind langfristige Beziehungen nicht ausgeschlossen, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass auch diese Beziehungen enden werden. Horoskop für heute für Steinbock Steinböcke haben einen großartigen Tag. Heute sind sie gesammelt, selbstbewusst und sehr charismatisch. Nutzen sie ihre machtführbare Münze und lenken sie ihre Energie in die richtige Richtung. Es bietet sich die Gelegenheit, ein altes Problem zu lösen, das sie immer wieder aufgeschoben haben, ein Partner wird ihnen dabei helfen. Verbringen sie den Abend im Kreise ihrer Familie, ihre Mitbewohner brauchen das jetzt mehr denn je. Steinbockhoroskop für Männer Steinböcke werden das Gefühl haben, dass heute die ganze Welt gegen sie ist. Unglück und Enttäuschungen warten überall auf sie. Versuchen sie, einen Anflug von Aggression und Negativität zu zügeln, denn alle Worte, die in einem Anfall von Wut gesagt werden, und unüberlegte, impulsive Handlungen können sich als negative Folgen für sie erweisen. Tun sie am Abend etwas Nettes für ihre Familie, helfen sie ihrem Kind beim Unterricht, laden sie ihre Frau zu einem romantischen Abendessen ein. Steinbockhoroskop für Frauen Die Sterne empfehlen Steinböcken, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ihre Zukunftspläne und Ziele zu analysieren. Wenn sie einen Fall nicht lösen können, dann werden sie heute mit Sicherheit eine Lösung für dieses Problem finden. Verzichten sie auf verletzungsanfällige Sportarten, denn die Möglichkeit einer Verletzung ist nicht ausgeschlossen. Steinbock Liebeshoroskop Sie sind ihrem Partner gegenüber zu anspruchsvoll und erwarten zu viel von ihm. Lassen sie die Situation los und sehen sie zu, dass die Zeit jeden in die Schranken weisen wird und entfernen sie unnötige Leute aus ihrem Leben. Reduzieren sie ihr Verantwortungsgefühl, denn ein Übermaß an Verantwortung kann zu Nervenzusammenbrüchen und psychischen Problemen führen, die nicht nur sie, sondern auch ihren Partner und ihre Kinder betreffen. Capricorns Halten sie ihre negativen Emotionen, die Arbeit mit Meditation. Horoskop für heute für Wassermänner Heute haben die Wassermänner einen sehr produktiven und günstigen Tag für alle Lebensbereiche. Sie werden andere mit ihrem Auftreten, ihrer inneren Energie, Ruhe, Harmonie und positiven Stimmung erfreuen. In dieser Stimmung werden sie den ganzen Tag sein. Die Menschen um sie herum werden ihre inneren und äußeren Veränderungen bemerken. Sie sind heute auf der Höhe der Zeit. Wassermannhoroskop für Männer Heute ist ein sehr glücklicher Tag für Wassermänner. Sie sind top in Form, mutig, selbstbewusst, innere Stärke strömt aus ihnen heraus. Widmen sie den Abend sich selbst, gehen sie ins Fitnessstudio, lesen sie ein Buch, schauen sie einen Film, nehmen sie ein Bad, entspannen sie sich. Achten sie sehr auf ihre Gesundheit, machen sie sich keinen Stress wegen nichts, überlegen sie sich ihre wirklichen Ziele. Wassermannhoroskop für die Frau Wassermänner werden heute eine Menge Schwierigkeiten auf ihrem Weg haben. Finden sie die Kraft, sie aus eigener Kraft zu überwinden. Wenn sie Erfolg haben, werden sich neue Horizonte öffnen. Verbringen sie den Tag in Harmonie und Ruhe. Versuchen sie, in allem ein Gleichgewicht zu halten. Am Abend werden sie so ausgeglichen und ruhig wie möglich sein und sich ihrer Lebensprioritäten und Werte bewusst werden. Wassermann-Liebeshoroskop Jetzt in ihrem Liebesleben beginnt eine dunkle Streifen, werden sie mit ihrer anderen Hälfte zu streiten, nicht verstehen, einige der Aktionen, unangemessen eifersüchtig und eitel Nervosität. Wassermänner, denken sie daran, um das Problem zu lösen, müssen sie gemeinsam handeln, nur so werden sie positive Ergebnisse erzielen. Horoskop für heute für Fische Sterne sagen, dass heute Fische einige Krankheiten und psychische Störungen bringen kann. Verbringen sie den Tag in Harmonie mit sich selbst, tun sie etwas für ihre Entspannung, machen sie Yoga, machen sie Atemübungen, trinken sie Tee mit Ingwer und Honig. Bevor du ins Bett gehst, denke über deine wirklichen Wünsche nach, setze dir ein Ziel und geh es an. Horoskop Fische männlich Heute erreichen die Fische Gerüchte über eine bestimmte Person. Sie werden von einer Seite zur anderen eilen, wollen den Gerüchten glauben, aber die Sterne empfehlen, auf ihr Herz zu hören und genau das zu tun, was sie fühlen. Denn Menschen können sich irren und Gerüchte können falsch sein. Ihr ungelöster Fall wird bald geklärt sein. Sie werden einen Ausweg finden, aber sie sollten auf andere achten. Fische Horoskop für die Frau Heute wird ein Tag der Verantwortlichkeit für ihre persönlichen Veränderungen. Sie werden glücklicher, durchsetzungsfähiger und selbstbewusster. Fische An diesem Tag verzichten sie auf Alkohol und fettes Essen. Die Sterne schließen die Möglichkeit von schweren Verletzungen und Krankheiten nicht aus. Achten sie auf ihre Gesundheit. Fische Liebeshoroskop An der Liebesfront in den Fischen ist alles ruhig, gelassen, ohne Streitereien. Machen sie das Beste daraus, stärken sie ihre Beziehung, laden sie ihre andere Hälfte zu einem romantischen Abendessen, einen Spaziergang, machen sie eine angenehme Überraschung und verbringen sie einfach Zeit miteinander.